Einen wunderbar herrlichen guten Morgen, spirituelle Gemeinde. Ich habe hier wieder eine Tageskarte aus den Flying Hearts, dass wir unseren Tag leicht begehen, nicht zu ernsthaft. Und dass das Ernsthafte, das Kontrollende meistens eh nur eine Illusion ist. Und wir an der dann haften und uns Kummer und Sorgen machen, das brauchst du gar nicht. So, jetzt ziehe ich unsere Tageskarte. Luft 8. Berg und Tal. Da haben wir unseren Helden. Er reitet auf dem Steinbock. Die Luft 8. Und es ist auf richtig Berg und Tal. Spring nah zu den Gipfeln deines Glücks. Doch vergiss die Täler nicht. Und dann haben wir eine wilde Reitermeditation. Leit dir im Tierpark einen Steinbock. Etwa 85 Mark pro Tag. Hier gibt es noch DM in dem Buch. Etwa DM 85 pro Tag ohne Kilometerbegrenzung. Zähme ihn und versuche auf ihm reitend den höchsten Berggipfel zu erreichen. Atme tief. Wenn sich unter dir die Abgründe der Täler und Schluchten öffnen. Sollte dein Sitzfleisch schmerzen vom langen Ritt, dann wähle die Nummer 088 07 5264. Wie auch immer, wo wir uns da was erreichen können. Genau. Berg und Tal. Da der Steinbock reitet zu seiner Bestimmung. Wunderbar. Soviel zu der heutigen Tageskarte. Und Sat Nam.